Ich stelle dir gleich eine Frage und du hast 13 Sekunden Zeit, dir eine oder mehrere Antwortmöglichkeiten zu überlegen. Aus welcher Stadt kommst du? Mögliche Antworten Ich komme aus Berlin. Ich komme aus Berlin. Ich komme aus Berlin. Ich wohne jetzt in Hamburg und komme ursprünglich aus München. Ich wohne jetzt in Hamburg und komme ursprünglich aus München. Ich bin in Frankfurt geboren und wohne immer noch dort. Ich bin in Frankfurt geboren und wohne immer noch dort. Ich bin in Frankfurt geboren und wohne immer noch dort. Schreibe jetzt eine Antwort auf die Frage als Kommentar unter dem Video. Aus welcher Stadt kommst du? Ich bin in Frankfurt. Schreibe jetzt auf vãoseherfer und freudenziefstares. Mem Möge Schreibe jetzt an Schreibe jetzt auch Vielen Dank.